Ok, ab jetzt ist erbens jetzt der Soundcheck vorbei. Kurze Frage an euch, ich muss mal euren Soundchecken so können. Könnt ihr schreien? Moment, Moment. Aber jetzt nicht so, als ob ihr Lärm macht bei einem Hip-Hop-Konzert oder so, sondern mehr als ob ihr euch so ein Messer aus dem Bein zieht. Genau so. Das ist der Schrei. Das ist euer Teil bei diesem Song. Ich sag ein paar Mehrworte, ihr schreit ein bisschen. Wir bilden uns auf das mal in Soundchecks ins Publikum, um auch zu sehen, wie so die Energie beim Publikum ist. Je nachdem, wie laut ihr seid, so geb ich mir dann Mühe bei der Show. Brotstückhafte Begegnung mit dem eigenen Gewissen. Neue Einheiten entstehen, wenn die Zeiten sich mischen mit kleinen Geschichten. Feinden an den Feinden des Wissens. Schriftstücke des leidenden Leibes, gekleidet im Rhythm und Zeit übergriffen. Zeugnis eines scheinbar verrückten. Der Geist begleitet von Eigenheiten in den reißenden Flüssen. Zeitweise geleitet vom Drängen ständig weiter zu müssen. Die Geistung vom Geist der Zeiten schreit es unterdrückt. Die Zunge als doch der brennenden Kerz. Kurtes Lager der Flamme kennzeichnet das Ende des Wehrs. Nehmt die lohnende Flamme, kreatives Verständnis. Verbrennendes Wachs, verprennend und lasst in die Tiefe. Kennen Spiegel im Weg. Durch das Nutzen der Sinne, Reinheit und Sprache. Jedes Mann soll beseitigt Schwunz in der Stimme. Kurze Eintritt der Wissen des Brennnerlischen des Lichts. Das Knüppeln von innen nach außen. Kurze Stimmen im Nichts. Der Brennner der Kerke. Der Kälte wird zur wärmenden Heimat. Die ständig ins Wachsendes Land. Werden die Wärter verkleinert. Aus dem tiefsten Gesill. Steigt dann in zweiter Gestalt. Gewalt und Gewalt. Gesamtheit aus dem Weiten des Alts. Es brinnt in der Brust. Schwingen die Wetter in den Werkstatt. Wünscht und endlich gewöhnt man sich bestätigt. Den Weg bis in die Wiege der Augen. Um in der materiellen Welt auf seine Ziele zu schauen. Endlich befreit. Nach dem nur seit Zeit sind die Frequenzen jetzt. Nein. Endlich befreit. Nach der Trennung wieder zu zweit. Und zum Kämpfen bereit. Endlich befreit. Nach der Trennung wieder zu zweit. Nach endloser Zeit sind die Frequenzen jetzt gleich. Endlich befreit. Nach der Trennung wieder zu zweit. Und zum Kämpfen bereit. Nach innen geflossenen Tränen verdampfen Feuer. Durch den Dampf werden alte, kranke Gedanken erneuert. Scheinen entgleitendes Licht in der Speerspitze der Handlung. Werft der Verwandlung in der Ziele. Höhe die Schwere der Standpunkt. Die Achtung. Lange erwartet es. Lange als halber Menschen mehr. Der Schlange gewagt. Endlich wieder im Stamm. Den Platz heiter Tage wieder herzustellen. Durch die zweite Hand in der Beine. Verfrankte Fassade. Die ins Gesicht gewachsene Maske wird abgestoßen. Der Punkt sich als mich hasste Frass. Ich betrachte, wie der Wind die Überreste verweht. Werden klar wird, ich werde sowohl nicht das letzte Mal sehen. Okay, kleiner Test. Wer ist lauter? Ich bin Mike oder ihr ohne. Ich stimmt natürlich auch nicht. Aaaaaah! Endlich befreit. Nach End unserer Zeit sind die Frequenzen jetzt gleich. Aaaaaah! Endlich befreit. Nach der Trennung wieder zu schweiz. Und zum Kämpfen bereit. Aaaaaah! Endlich befreit. Nach End unserer Zeit sind die Frequenzen jetzt gleich. Aaaaaah! Keine ich schon sagen 1-1. Oh geil, ich hab mir aus Versehen Waffe mit auf die Bühne genommen. Aaaaaah! 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 Bよ! Bよ!